Äh, ne? Was machen wir denn an? Kurz vor Weihnachten, dann passt der, ne? Ja. Ich möchte nicht wissen, was in drei Wochen dann passiert, wenn der wieder Urlaub hat, ne? Oh, ja! Da wird dein Ding einsetoniert, ne? Also, ich will den Wackerspapier eingepackt haben. Auch passend, dass ich den Bildschirm hier nicht setze. Robin, ich hab da was ausgeschnitten, ne? Und schön um die Träufels rumschneiden. Ja, ja, klar. Ja, das war doch der Nils, ja? Hat er noch kurz gemacht, bevor der Urlaub geflogen ist, ne? Ja, ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ganz alleine. Ach so, der Messer ist stumpf, hab ich vergessen zu sagen. Ja, ja. Ich freu mich auf die Wolle hier. Der befreit einfach die Schere. Ich freu mich noch groß, ey. Ich denke, ich geh einfach im internen Server ab. Hat ein stumpfes Messer gekriegt. Jungenkuchen kommt schon immer gut, ne? Ja klar, das ist einer meiner... Oh, haben wir da eigentlich schon erwähnt, dass die Sachen da sind alle nochmal einzeln? Ja, das hab ich gerade gesehen. Oh, ey. Wie ist das denn da rum? Keine Ahnung. Wie ist denn meine unter den Tisch gekommen? Ja, das ist einer der letzten ungelösten Geheimnisse. Ah, so wie das ist richtig. Das kann der gar nicht gewesen sein. Ihr erwartet ja, das ist kein System hier, oder? Nichts mal mit Schnüttmuster. Ja, aber hier so ein bisschen, da so ein bisschen und dann guck ich mal was ab geht. Oder so, schneid nach Pfahl. Ich hab mir sogar in den Müll noch eingepackt, oder? Oh, das liegt das bei mir. Komm, ich helf dich. Hol mal ein Feuerzeug. Hol mal ein Feuerzeug. Hol mal ein Feuerzeug. Wie kommen wir denn jetzt? Die fahr ich auch erst mit einer Heißluft bis zur Schlauch. Hä, 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 Hä. Schrummschlauch, und jetzt nicht. Chrummschlauch, ja, ja. Also, wenn das Blättergras nicht stumm war, ist es denn, Schaummsch. Die sind ja nicht so. So. Ja, das ist ja die Grundschuldigstribution. Weil die Grundschuldigstribution heute wegen das Energiemanagement ist. Also hält sich auch von runterfahren. Ja, dann ruf ich's. Weil der cool ist. Ja. Ah, schön. Trotz. Ja, sonst ist es zu lang. Ja, okay. Ja, ich bin 100 bis 7. Der Lickengräuner kommt jetzt zu spät. Ja. 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 Ja, genau. Hallo. Ja. 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 Ich wollte dir ja nicht mitbezahlen. Ja. 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 Das war doch von deiner Freundin an, oder? Ja, in der Tat. Steffi wird sich freuen. Kann ich noch alles aufeinander schmeißen? Dann kann er wieder Verbraucher als Verpackungsmaterial für seine Ebay-Geschäfte. Das ist eigentlich nicht ganz so blöd, wie die anhört. Dann soll nur viel auf dem Platz drin sein. Ob das so ein gutes Gras in so ein Zeug reinzubringen? Ja, weiß ich auch nicht. Obwohl eigentlich schon, es hat Frischheit gefolgt. Ja. Ist die Gras eigentlich gewachsen an der Tastatur? Nein, das weiß ich nicht. Alles mal muss die gleich auf dem Platz drauf nehmen. Er meinte, er hat sein Arbeitsplatz jetzt eingepackt. Ja, das ist ein Arbeitsplatz. Entschuldigung. Das ist ein Arbeitsplatz. Ja, das ist ein Arbeitsplatz. Das ist ein Arbeitsplatz. Jungs, kennt euer Rechner. Schau deine Mutter an. Idiot. Wenn der irgendwas sagt, den Rechner wegschaffen. Ja, sieht doch wieder gut aus. Muss die Lautsprecher? Ja, da ist es. Hier ist nochmal so. Ach, separat frisch rein. Ich hab allein da sind 100 Meter aufgekackt. Ja! Aber so sehen die doch aus, wenn man die irgendwo im Baumarkt kauft. Die sind von Staples, glaube ich. Von Ikea. Auch nicht so schön rünschig. So rünschig warst du noch nie. Habe ich es auch verstanden. Da solltest du drauf. Wo ist meine Kaffeetasse? Die haben wir jetzt nicht eingefallen. Die stehen da vorne. Wir tun direkt eine Menge an. Aber die Kaffeetasse geht da drüber. Das wäre ja unmittelbar. Wenn ich sie mit heißem Kaffee einschnecke. Dann probieren wir mal den nächsten Ort. Ja, genau. Das kommt wieder auf, dann ist der noch heiß. Ja, so USB-Kaffee-Tassen wärmer. Dann solltest du aber irgendwie pimpen und wenigstens 8 USB-Anschlüsse ballern. Dann geht das vielleicht so gut. Boah, das ist ja schon. Schatz. Leg aber Musi drauf. Ja, witzig, ja. Ja, das ist ja ein Fakt. Das Auto wird nicht alles über den Müller gefasst. Ja. Ja, dann schickst du die jetzt wieder auf. Dann kriegst du die zurück. Dann hast du jetzt. Okay. Das ist ein Wagen. Dankeschön. Tada. Ja, ist immer fertig. Sauber. Sauber. Ja.